Hey zusammen und damit ganz herzlich willkommen zum Motovlog. Heute ist wieder einer Tage, die wir feiern können, wollen, werden und absolut müssen, trotz Corona, ein Stück Moment und ich habe keine Ahnung, was alles ist. Es gibt Dinge, die lässt sich der Interview einfach nicht kaputt machen. So kein Tag ist heute. Wir heiraten heute. Ab dafür. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast Gäste, du hast Vorbereitung, du hast Braut und Begleitung und solche Geschichten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, das kann man so sehen, andere bleiben auf der Autobahn stehen, blockieren die ganze Autobahn und schießen da scharf in die Luft, geht auch, ne? Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen härter als das, was wir hier gemacht haben. Ich denke, diese Art zu feiern, ich denke, diese Art zu feiern geht, schreib mir deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und wenn du Bock hast, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020